DIYs Apfelessig Haarspülung für glänzende Haare. Apfelessig hilft, den pH-Wert der Kopfhaut zu regulieren, baut Produktablagerungen ab und schließt die Haarkotikula, was zu einem schönen Glanz führt. Hier ist, wie du es 1-2 Mal pro Woche anwenden kannst. Hier sind die Zutaten 1 Teil Apfelessig, 2 Teile Wasser, ein paar Tropfen Rosmarinöl für einen angenehmen Duft. Die Anleitung dafür? 1. Verdünne den Apfelessig mit Wasser im angegebenen Verhältnis. Füge ein paar Tropfen des ätherischen Öls hinzu, falls gewünscht. 2. Nach dem normalen Waschen deiner Haare mit Shampoo, trage die Apfelessig-Spülung auf dein Haar auf. Achte darauf, dass du die Mischung gleichmäßig von den Wurzeln bis zu den Spitzen verteilst. 3. Lasse die Spülung für ein paar Minuten einwirken. 4. Spüle die Haare gründlich aus. Wenn du empfindliche Haut hast oder dir der Geruch zu stark ist, kannst du die Spülung mit kaltem Wasser ausspülen. Kaltes Wasser hilft zusätzlich, die Haarkotikula zu schließen und den Glanz zu verstärken. Diese einfache und natürliche Methode kann einen sichtbaren Unterschied in der Ausstrahlung und dem Glanz deiner Haare bewirken.